Hallo, hallo, hallo. Der Emero hier. Wieder, mal wieder, mal wieder, wieder. Mit Super Mario World, dem nächsten Hack. Techno Kami Presents. Super Mario & Luigi in Super Mario's Island Hopping Adventure. Demo 1.0.0, was auch immer. Ja, ähm, Marios... Moment, Marios Urlaub außerhalb des Pilzgrönenreichs ist plötzlich beendet worden, als Bowser Prinzessin Peach gekidnappt hat. Mario und Luigi schwärmen aus. Also, okay, die Overworld sieht schon mal geil aus. Vacation Home, was ist hier? Dieses kleine Haus ist, wo die Mario-Brüder während ihrer... während ihrem Urlaub waren. Mario hat... einen Schlüssel in seiner Tasche. Ja, dann mach die Tür auf, Mario. Idiot. Goombas! So, und ich werde diesen Hack ohne Save-State spielen, falls man das eben schon irgendwie gesehen hat. Okay, das erste, was mir definitiv auffällt, sind die Hammer-Grafiken. Ähm, man sollte dazu sagen, ich hab ja in Mancha One gesagt, dass ich fünf Hecks spielen werde. Und das ist der eine, den ich jetzt aus eigenem Interesse spiele. Goombas könnten in großen Anzahlen kommen, aber sie sind einfach besiegt durch einen Stampfer auf den Kopf. Okay, ich glaub, den Goomba hier will ich nutzen. Nein, kann ich nicht, schade. Ähm, kann ich gar keinen von euch nutzen? Das ist zwei... Oh, ein Pilz. Gut. Auf jeden Fall, das ist der, den ich mir selbst, in Anführungsstrichen, vorgeschlagen habe. Er sieht... Wo kam er denn auf einmal her? Zurück, 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 zurück. Er sah auf SMW Central definitiv total geil aus. Boi, Yoshi. Mini Yoshi. Baby Yoshi. Baby Yoshi. Yoshi, Yoshi. Ich hab aber momentan so richtige Putzigkeitsanflüge. Das ist schlimm. Hallo. Du hast mich aus meinem eiartigen Gefängnis befreit. Du kannst aus meinem Rücken springen und ich helfe dir bei deiner Aufgabe. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Yoshi, friss, friss das. Friss dies, friss das. Und mach sowas hier. Yay. Okay, was ist los? Oh Gott, der springt da nicht am Saft so rum. Äh, scheint, dass diese... Röhre nur genutzt werden kann, wenn die gepunkteten Linien ausgefüllt sind. Gehe nach Osten, um den roten Switch... Switch Palace... Oh Gott. Switch Palace zu aktivieren. Um diesen Weg zu nehmen. So, so. Yoshi, bleib hier. Blödes Viech. Ist immer nur weg. Und hier unten ist die letzte Mönze. Was ist los? Oh Gott, was ist los? Ähm, was tut ihr mir gerade an? Staunten was? Yo. Oh Gott. Ich dachte schon, ich wäre jetzt tot oder sowas. Also, hier rein. Moment. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Moment. Was? Lame. Oh, Bastarde Das ist fies Echt fies Da rechnet doch kein Arsch mit Echt kein Arsch Die auch? Die wahrscheinlich auch Ja, komm Das ist lahm Das ist echt lahm Penner So, jetzt kriege ich den roten Switch Der total unverändert aussieht Wenn ich mich recht erinnere Nein, doch, er ist verändert Was ist das für ein Scheiß hier? Münzen 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 Töte sie Schade, okay Aber ich kann das noch so ausnutzen Und mir wenigstens ein Leben krallen Ja, ihr Leben So, laufen Mario E? E? Warum steht dann E drauf? Continue Anderer Weg Goombas So Wir wissen Hier war nichts interessantes Wir wollen Boing, 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 boing Und den Pilz hier holen Den Pilz Hier holen? Hier holen Okay, wir wollen Laufen, 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 laufen Und ganz ehrlich Der springt da aus dem Boden Ich hab das eben echt nicht Halluziniert oder so Nein Nein, 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 nein Ich will Yoshi Ich will Yoshi Yoshi, Yoshi My Yoshi My little Yoshi My little Yoshi Komm schon Komm schon Bums Bums Danke Da ist Yoshi Da ist Yoshi Ach, dieses Mistviech wieder Das erstmal Einen Riesenberg Fressen muss Komm schon So Speedrunning 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 Fail Fail wie sonst was Ähm Es ist Nicht mal annähernd Speedrunning Okay Da rein Aber was wirklich Momentan herausragend An diesem Heck Sind die Grafiken Yay Ein rausgang Party Es geht hoch zu Shy Guy Hills So Röhren checken Nix Oh Gott Oh Gott Röhren checken Nix Was ist da drin? Eine Feuerblume Oh Ich seh's Komm Ich seh's kaum Level Gecheated Level Sowas von Gecheated Aber das macht mir grad nichts Ich will den Bombs Nicht rausspringen Yoshi Oh Gott Ich glaub ich hab den Geheimausgang gefunden Das riecht so nach Secret Hey Secret Und es ist kein Endloser Bonusraum Oh Geile Sache Okay Versagt Versagt Jetzt kann ich mir Alle Blumen holen Dann krieg ich wenigstens Vier leben Eins Zwei Drei Vier Ja Gut Runter Wiii Hinter Mittelpunkt Moment War da die Röhre? Da Das war die Röhre Okay Nur so zur Orientierung Ich könnte da rein Ich könnte aber auch Kann ich da weiter? Ich will jetzt grad nicht gucken Ich will erstmal hier lang Notfalls Wende ich keine Idee Wo das Secret sein soll Jetzt brauche ich Yoshi Wo ist Yoshi? Da ist Yoshi Nom 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 So Los 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 Scroll Fucking Schneller Oh mein Gott Wo ist mein Pferd? Hahaha Der Kerl ist unsichtbar Oh lustig Hast du dich Lucky To Und Das tut mir gerade echt leid So Hier runter Gut Aha hey ich kann nicht mehr lesen was da steht verdammt der unbesiegte ich werde nicht diesen unbesiegten weg gehen ich werde erst den normalen weg oder heißt anbieten was anderes ich weiß es gerade ich weiß es gerade nicht verdammt tötet mich so was haben wir da wir haben pilze von ein leben ein leben supi dumm die die dumm die die dumm ich hasse aber den scrolling part das sehe ich jetzt schon gewagt sehr gewagt ich habe ein one up ein one up durch münzen keine münzen okay vergesst den plan schade hätte ja sein können nein ich muss getroffen werden ich will jetzt wissen was da drin ist neue feuerblume so münzen leben töten töten dich auch und dich auch und dich da oben auch so jetzt bleibst du weg verdammt noch mal du arsch so was kommt denn jetzt hier noch die joshi münze oder eine a münze für immer das arsch steht so ein neues ding habe ich lakito gerade echt getötet so richtig so ausgelöscht der kommt nicht wieder geschafft jippie stern piranha wald damit fangen wir an und dahin ich verschwinden nein ich verschwinde dahinter aber gelbes level ist erstmal zu sagen das heißt kein geheimer ausgang ich lache mir nass oh mein oh mein gott das spiel ist gerade so ultimativ genial geworden für mich das macht keinen sinn das macht gerade nicht den tor noch okay ich werde nicht mehr okay ich hole mir die münze kommen münze mal nur einmal nur einmal dauern glaube ich komm ja raus Hopp, 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 und Bums. Wie sagt er? Bum. Junge! Danke! Halten, die verarschen mich. So, Mittelpunkt. Bam! Yoshi! Wieder will er fressen. Was ist denn das bitte für ein... Moment. Friss einfach das Blatt. Ich hab schon zwei. Nom, 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 Yoshi. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Da rein? Da rein. So, und... Pnauts. Perfekt, wir haben da. Iggy's Schloss. Wir wollen aber noch hier landen.